Hallo an alle Kinder, Jugendlichen und alle Freunde und Gäste, die hier zuschauen. Seid herzlich willkommen bei unserer Online-Kinderdats zum Palmsonntag. Ich bin Matthias Rudolf und lese heute aus der Neukirchener Kinderbibel von Ingrid Wett die Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Dieser Teil aus dem Neuen Testament der Bibel wird in der Kirche immer am letzten Sonntag vor Ostern gelesen. Das wollen wir jetzt auch in diesem Video so machen. Die Kirche ist nämlich noch geschlossen. Ihr wisst ja, wegen Corona. Hier also die Geschichte. Das Passafest rückt näher. Von allen Seiten strömen die Menschen nach Jerusalem. Und jeden Tag kommen noch weitere hinzu. Hunderte, Tausende und noch viel mehr. Da machte sich auch Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg und zog nach Jerusalem. Als sie schon in der Ferne die Stadt sahen, blieb Jesus plötzlich stehen. Er rief zwei Jünger zu sich und befahl ihnen, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Dort werdet ihr gleich beim ersten Haus einen jungen Esel finden, der angebunden ist. Und wenn euch jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet ihm, der Herr braucht ihn. Dann wird er euch den Esel geben. Die Jünger sahen Jesus verwundert an. Was hatte er vor? Wozu brauchte er den Esel? Aber dann dachten sie daran, was in den Büchern der Propheten über den Retter stand. Freue dich sehr und jauchze, du Stadt Jerusalem. Denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Da verstanden die Jünger, was Jesus vorhatte. Vor einem Esel wollte er in Jerusalem einziehen. Als König und Retter wollte er kommen. Da gingen die Jünger zu dem Dorf und fanden alles so, wie Jesus gesagt hatte. Sie banden den Esel los, führten ihn zu Jesus und legten ihre Mäntel darauf. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt los. Als aber die anderen Leute sahen, wie Jesus nach Jerusalem ritt, eilten sie herbei, jubelten und sangen. Hosanna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Von allen Seiten kamen sie an. Sie liefen Jesus voraus, zogen ihre Mäntel aus und bereiteten sie, wie ein Königsteppich, auf dem Weg aus. Einige kletterten sogar auf die Bäume, rissen Zweige ab und streuten sie auf den Weg. Und immer mehr Menschen eilten herbei. Sogar von Jerusalem zogen sie Jesus entgegen. Hosanna, jubelten alle, Hosanna, Hosanna, erklang es von überall her. So hieß das Lied, das ihren König sangen. Alle stimmten es an, Alte und Junge, Männer und Frauen und viele, viele Kinder. Singend zogen sie mit Jesus in die Stadt ein. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. Und als der Gesang endlich verstummt war, schrien die Kinder immer noch fröhlich weiter, Hosanna, Hosanna. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels geht. Singend folgen sie ihm bis in den Vorhof des Tempels. So тут nicht immer mehr G 새�pels und singend halb. Untertitelung des ZDF, 2020